Musik Jetzt kommt unser erster musikalischer Rast, da möchte ich gleich aus der Biografie zitieren. Er war bei Kertschegugu, hatte damals einen Welthit mit Too Shy und jetzt steht in diesem Waschzettel, den wir da immer so dazubekommen von der Plattenfirma, es handelt sich um einen Dancefloorkiller im Slow Groove Sound. Scharf, also das muss ich haben. Ich meine, ich kenne den Titel, der ist sehr schön. Ein Dancefloorkiller im Slow Groove Sound, der Remix 92. Hier ist Limaral, damals mit Kertschegugu, ein Riesenerfolg und Too Shy. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020